Jo Leute, Pure Cracker Fireworks wieder am Start bei euch. Heute gibt es hier mal eine richtig schöne Batterie von Leslie und zwar den bösen Opa aus der Pure Mode Serie. Ja, diese ganze Batterie hat 25 Schuss und des Weiteren hat sie eine Brenndauer von ca. 30 Sekunden, eine Effekthöhe von 35 Metern und wie schon gesagt 25 Schuss. Ja, und des Weiteren zur NEM lässt sich sagen, dass sie hier eine NEM von ca. 307,5 Gramm hat. Also doch ein ordentlicher Katzen, so wie ich finde. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung und los geht's. Böser Opa von Leslie. Ja, cooles Teil auf jeden Fall. Ja, cooles Teil auf jeden Fall.